Dann herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Podcastes Rot und Schweiß. Und bei mir ist Vorstand Sport und Kommunikation, Klaus Allos. Und das hat auch einen guten Grund. Herzlichen Glückwunsch, nämlich zur Vertragsverlängerung erstmal von unserer Seite aus. Vielen Dank. Und da du ja ein Sportler durch und durch bist, also das habe ich dich zumindest kennengelernt, muss man jetzt sagen, also sowohl als Manager als auch als Spieler, hast du ja in deinen Vereinen immer nach Erfolg gestrebt. Und ich vermute mal, wenn du jetzt diesen Vertrag verlängerst, dass du auch bei der Fortuna das Potenzial für Erfolg siehst. Ja, sicher, klar. Die Entscheidung zur Fortuna zu kommen, die ist mir relativ schwer gefallen. Also ich musste lange nachdenken, ob es der richtige Schritt ist und ob es der Zeitpunkt ist und ob die Gegebenheiten auch so sind, um etwas zu bewegen. Und am Ende war es dann natürlich die Vergangenheit, die Tatsache, dass man Düsseldorfer ist, dass ich meine Jugendzeit hier bei der Fortuna auch verbracht habe, dass meine erste Station war. Aber eben auch diese Neugierde, ob dieses Potenzial, von dem man immer spricht, ob das auch wirklich in der Fortuna steckt. Also das war schwierig. Weniger schwierig war jetzt eben zu sagen, ja, ich hänge nochmal ein paar Jahre dran, weil ich, wie du schon sagst, weil ich einfach an dieses Potenzial glaube und wirklich auch guter Dinge bin und tatendurstig, um gemeinsam mit meinen Vorstandskollegen und mit allen Beteiligten einfach daran zu arbeiten, dieses Potenzial auch wirklich wieder so hervorzuholen, um sportlich erfolgreich zu sein, aber gleichzeitig auch wirtschaftlich erfolgreich zu sein. Ich meine, ich sage mal, du könntest es ja auch leicht machen. Du bist jetzt 66. Genau. Und wenn man in deine Vita schaut, du hast im Grunde alles gewonnen. Deutsche Meisterschaften, Pokalsiege, du hast in der Nationalmannschaft Erfolg gehabt. Wo nimmst du diesen Antrieb her, zu sagen, ich mache das jetzt einfach nochmal weiter? Ja, vielleicht sind es die Dinge, die du gerade genannt hast, die jetzt bei mir gar nicht so präsent sind. Klar, das ist also jetzt nichts, was man so jeden Tag mit sich herumträgt. Wir haben hier so ein paar Trophäen, sehen wir, und klar, die stehen dann auch zu Hause, aber das bestimmt jetzt nicht das Leben, sondern das ist eigentlich bestimmt so die Gegenwart, bestimmt das Leben und dann sind es eben Herausforderungen oder Chancen, die man einfach sieht. Und das Positive daran ist, dass man, wenn man dann 66 Jahre alt geworden ist und schon so lange dabei ist, dass man eine relative Freiheit besitzt, um Entscheidungen zu treffen. Das ist, wenn man jung ist, klar, wird das von vielen Dingen dann doch beeinflusst und es gibt Zwänge. Das lässt nach oder hat zum Glück bei mir nachgelassen. Und ich kann mich ganz auf Dinge konzentrieren, die mir einfach Spaß machen. Und das ist der Antrieb. Wie gesagt, das ist der Antrieb eben bei dem Verein, wo ich früher als kleiner Junge mit der Fahne hingezogen bin, wo ich zu den Trainingseinheiten der Profis gegangen bin, um mir die Autogramme zu holen. Und mit dem Verein bin ich in den Fußball hineingewachsen, auch in den Profifußball hineingewachsen. Ja, den Verein einfach wieder da hinzubringen, da wo das größere Rad gedreht wird, das ist schon mein Ansporn. Es gibt viele Dinge, die auch wichtig sind, aber am Ende, glaube ich, ist ein Fußballverein, der Profisport betreibt, der sollte auch ergebnisorientiert sein und sollte den größtmöglichen Erfolg auch anstreben. Diese Liebe zur Fortuna und auch zur Stadt, die hat man jetzt ja schon deutlich rausgehört, dass sie auch eine Rolle gespielt hat bei deiner Rückkehr. Konntest du dir dieses, ich sage mal, dieses Rheinische und diese Liebe zur Stadt auch in deinen ganzen Stationen bewahren? Du bist ja dann schon ein bisschen rumgekommen, warst in Frankreich, in Norddeutschland, in Bremen, auch in Wolfsburg sehr erfolgreich. Konntest du das immer bewahren? Also steckt immer noch Rheinländer in dir? Ich glaube, das kann man nicht auslöschen. Und dass das so ein bisschen verschüttet geht, das ist klar. Und ich muss auch sagen, dass ich in der Zeit, als ich dann nicht, Köln gehört ja dann doch auch noch zum Rheinland, das muss man ja schon sagen. Das habe ich jetzt bewusst mal ausgelaufen. Also von daher war das jetzt kein, sich abnabeln vom Rheinland, aber was danach kam, war ja dann doch schon, entweder dann im hohen Norden oder dann im Ausland. Und was ich nicht habe und was meine Frau auch nicht hat und was die ganze Familie auch nicht hat, dass man dann so ein Ding nachtrauert und sagt, ja, jetzt sind wir nicht mehr zu Hause. Sondern das hat man und findet das auch gut, aber man profitiert auch von dem Moment und eben auch von der Gelegenheit. Und so habe ich die Zeit im Norden und in Frankreich unheimlich genossen und habe da wahrscheinlich auch so ein bisschen Distanz zur Fortuna gehabt. Dass man immer, man hat immer nach dem eigenen Spiel schaut man dann, ja, wie hat Fortuna gespielt, wie hat dann der Klub gespielt, der Klub gespielt, bei dem man eben tätig war. Das bleibt natürlich und von daher ist dieses Rheinländische oder Düsseldorf als Heimat, das ist natürlich immer da und wir sind eben in der Zeit dann in Frankreich oder im Norden, wo wir ja viele, viele Jahre gelebt haben, wo unsere Kinder auch aufgewachsen sind. So, dann profitiert man dann auch und identifiziert sich auch vor allen Dingen damit. Ich glaube, das ist auch immer ganz wichtig und trotzdem bleibt dieses, ja, die Heimat Düsseldorf, die bleibt. Und dann der Entschluss, dann auch wieder in Richtung Westen zu kommen, das hat ja auch seine Gründe. Wenn man dich so erzählen hört, du sagst, du bist als Kind mit der Fahne, da hast du gestanden, bist dahin und dann sieht man so ein Leuchten in deinen Augen tatsächlich, weil dann kommen diese ganzen Erinnerungen ja auch. Und auch eine tiefe Liebe zur Fortuna einfach. Versuchst du, wenn du jetzt in deiner jetzigen Funktion Gespräche führst mit Spielern oder eben auch, ich meine, manchmal sind ja auch dann die Berater dabei oder die Frauen, die auch es gilt zu überzeugen manchmal, versuchst du da so diese Liebe, die du zur Stadt hast und auch zum Verein hast, da so ein bisschen zu vermitteln oder was siehst du für Vorzüge oder was benutzt du für Vorzüge, die die Stadt oder der Verein hat, um Spieler von einem Wechsel zu überzeugen? Am liebsten würde ich mich verstärkt auf die sportlichen Vorzüge beziehen, weil darum geht es am Ende. Das war natürlich, dass es trotzdem noch, ich sage jetzt mal so weiche Faktoren gibt, wie Düsseldorf als Stadt, das Umfeld, Tradition eines Vereins und so, das spielt natürlich auch eine große Rolle und wenn man dann über Vergangenheit reden kann, dann sollte man das dosiert einsetzen, weil wenn wir jetzt über 33 reden oder selbst über die Pokalsiege, das ist schon lange vorbei und trotzdem ist es ein Bestandteil der Fortuna, ganz klar und trotzdem, glaube ich, muss man jetzt den Spielern, dem muss man einfach die Möglichkeiten aufzeigen und eine Vision einfach vermitteln und was man gemeinsam erreichen kann. Ich glaube, darauf konzentrieren wir uns auch bei unseren Gesprächen, die wir führen. Aber natürlich, glaube ich, ist eine Begeisterung für die Sache, die sollte man vermitteln können. Fußball ist nun mal kein so stocksteifes Geschäft, sondern da sind Fakten auf der einen Seite, da geht es oft um Geld, manchmal vielleicht zu oft um Geld, es geht um Leistung, aber es geht eben auch um Begeisterung und Motivation und sich mit einer Sache zu identifizieren. Wenn das alles zusammenkommt, dann kann das zu einer runden Sache werden. Jetzt muss ich mal mit einer skandalösen Umfrage konfrontieren. Es hat eine gegeben von YouGov und da haben nur drei Prozent der Bundesbürger gesagt, sie könnten sich vorstellen, in Düsseldorf zu leben, wenn sie frei gehen könnten. Das ist ja unvorstellbar, oder? Ja, mit diesen, ja, ich kann es auch gar nicht glauben. Also ich kann es auch gar nicht glauben, weil das, ich glaube, es geht auch immer um den Kontext. Also wie wird eine Frage gestellt und was ist vorher gefragt worden, was wird anschließend gefragt. Ja, das ist, wie sagt man so oft, traue keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast, oder wie ist das? Aber man hört ja bei dir raus, also Fortuna ist eine Herzensangelegenheit, die Stadt auch ein Stück weit. Bei allen rationalen Überlegungen, du hast es eben schon mal so ein bisschen angedeutet, inwieweit hat das auch bei dir eine Rolle gespielt, zu sagen, ich verlängere meinen Vertrag? Die, wie meinst du das jetzt, die? Also einfach, dass diese Liebe zum Verein, die Liebe zur Stadt, bei allen rationalen Überlegungen, die natürlich auch eine Rolle spielen. Also man muss vorsichtig sein und das habe ich auch immer wieder betont, dass man es nicht darauf beschränkt, dass man eine Liebe zum Verein hat oder jetzt sentimental wird oder dass es eine nostalgische Geschichte wird. Ich glaube, das ist gefährlich. Und das habe ich auch wirklich immer versucht, weit außen vor zu lassen. Weil dafür geht es hier um zu viele ernste Dinge. Wenn wir hier über Erfolg und Misserfolg reden, dann ist das nicht nur ein Tabellenstand, sondern dann geht es um wirtschaftliche Dinge, dann geht es um Arbeitsplätze für ganz viele Menschen. Und deswegen muss man sehen, dass man es nicht darauf beschränkt. Ich habe es gerade gesagt, diese emotionale Bindung, diese Motivation, die spielt eine große Rolle. Aber man muss schon inhaltlich eine Vorstellung haben, was man voranbringen will und was man machen will. Und deswegen ist es eigentlich, ich glaube sogar, dass ich bei der Fortuna länger überlegt habe, als ich das vielleicht bei einem anderen Club gemacht habe. Weil da eben die Gefahr besteht, dass man das eben auf eine falsche Ebene bringt. Und ich habe das in einem anderen Interview auch schon mal gesagt, das ist immer auch die Bewertung vielleicht meiner Arbeit oder das Verhältnis zu mir als Person und unserer Vergangenheit. Das ist immer ein bisschen schwierig. Manchmal ist das eine große Nähe, dann aber wieder eine große Distanz. Und man weiß das oft gar nicht so richtig einzuordnen. Und deswegen bin ich eigentlich bestrebt, auf der einen Seite natürlich diese Nähe, Düsseldorfer zu sein, bei der Fortuna begonnen zu haben. Das ist ein Teil meiner Person und vielleicht auch der Voraussetzung. Aber der größere Teil sollte einfach das sein, was geleistet wird, was inhaltlich gemacht wird. Schauen wir mal auf deine Anfangszeit hier bei der Fortuna, als du wieder zurückgekommen bist zurück. Das war ja in einer Zeit, wo alles im Grunde schwer war rund um Fußball. Das war nämlich Corona. Das war die tiefste Corona-Zeit. Man könnte sich einen schöneren Start vorstellen. Damals hast du gesagt, wir haben uns damals ja schon mal getroffen, auch hier im Rahmen dieses Podcastes. Da hast du gesagt, wir sind in einer Zeit, wo man auch viel Improvisation braucht und auch Weitsicht braucht. Jetzt ein bisschen mit Rückblick da drauf. Was würdest du sagen, wie seid ihr mit dieser Zeit zurechtgekommen? Ich würde sagen gut, weil wir improvisieren mussten wir häufig, weil man, so wie man eigentlich einen Verein führt, mit klaren Kennzahlen und wo man weiß, Mensch, das und das werden wir ungefähr einnehmen. Und dann entwickelt man verschiedene Szenarien. Das war natürlich in der Corona-Zeit, war das alles nur Spekulation. Man wusste nicht so genau, wie lange geht es jetzt noch so weiter. Wird es vielleicht sogar noch schlimmer? Wie lange bleiben wir ohne Zuschauer? Wie lange bleiben wir ohne diese Einnahmen? Was passiert mit unseren Partnern, mit den Sponsoren? Wie verhalten sich die Zuschauer, selbst wenn es dann wieder losgeht? Also das waren schon sehr viele ungewisse Dinge. Und damit, glaube ich, sind wir gut zurechtgekommen, was den wirtschaftlichen Umgang mit diesem Thema anging. Da haben wir uns vernünftig verhalten und sind relativ gut aus dieser Zeit herausgekommen. Was jetzt, um da jetzt auch keine falschen Erwartungen zu wecken, was nicht bedeutet, dass wir auf Rosen gebettet sind und dass wir all das umsetzen können, was wir uns wünschen würden. Das ist auf der einen Seite sportlich, aber eben auch, was Dinge im Umfeld angeht, Infrastruktur und so weiter. Da gibt es sehr viele Pläne und sehr viele Ideen, die man gerne umsetzen würde, aber die im Moment sehr, sehr schwierig sind. Und deswegen, glaube ich, sind wir ganz gut aus dieser Zeit herausgekommen. Ja, das sind so Knüppel, die man dann zwischen die Beine geworfen bekommt, mit denen man nicht unbedingt rechnen kann. Ja, wie gesagt, man musste mit allem rechnen. Das war eigentlich das, dass man, wir kommen alle, wenn wir so die letzten Jahrzehnte nehmen, wir kommen aus Zeiten, nicht nur im Fußball, vom permanenten Wachstum. Das war in der Gesellschaft, im Fußball war das Normalität. Die Fernsehverträge, die sind permanent, sind sie angestiegen. Es hieß also immer wieder, konnte man sich auf steigende Einnahmen, konnte man sich freuen oder konnte damit kalkulieren. So, und das ist jetzt erstmal durch die Corona-Zeit natürlich erstmal je unterbrochen worden. Und wir sind insgesamt in einer Zeit, wo, wenn ich gerade den Blick auf die TV-Einnahmen werfe, ja, wo es doch ungewiss ist, wie es weitergeht. So, und von daher muss man sehr vorsichtig eben in den Planungen sein, wenn man das seriös macht. Und muss trotzdem auf der anderen Seite, muss man immer wieder dieses unternehmerische Risiko, muss man natürlich auch immer abwägen. Weil nur verwalten wird, insbesondere in unserer Situation, wird das nicht ausreichen, um in Zukunft wieder dahin zu kommen, wo wir gerne sein wollen, nämlich in der ersten Liga. Das hast du tatsächlich auch damals schon angesprochen. Das war ja zusammen mit deinem Bruder damals der Podcast. Da hast du auch schon das Ziel Aufstieg klar ausgegeben. Das ist jetzt knapp zwei Jahre her. Was würdest du sagen, inwieweit hat sich die Fortuna diesem Ziel schon angenähert? Oder ist sie da auf der Stelle getreten? Was die reinen Resultate angeht, glaube ich, kann man schon sagen, dass wir da auf der Stelle treten. Das ist, im letzten Jahr hatten wir sogar, teilweise hatten wir einen Rückschritt zu verzeichnen, sind dann nach der Verpflichtung von Daniel Thun dann sehr schnell wieder rausgekommen und haben dann auch ein anderes Gesicht gezeigt. Und da war eben dieses, ich sage jetzt mal, dieses im Hinterkopf Aufstieg in die erste Liga zu haben, dann durchaus realistisch. Das war dann keine Fantasien. Was den Verein angeht, und ich glaube auch, was die Entwicklung unserer Mannschaft angeht und einige Dinge, die eben dazugehören, glaube ich, haben wir uns schon nach vorne bewegt. Wir haben ein paar Dinge für uns einfach versucht festzulegen, wie wir arbeiten wollen, dass wir natürlich sehr viel Wert auf Nachwuchsarbeit legen wollen. Teilweise haben wir das schon umgesetzt mit Spielern, die eben jetzt auch den Schritt geschafft haben, dass wir auf Dauer auch Werte für die Fortuna schaffen wollen. Das ist, es ist auf der einen Seite immer die Notwendigkeit, aktuell sportlich erfolgreich zu sein und eben dann die erste Liga zu erhalten oder den Aufstieg zu schaffen. Das ist immer, das verführt natürlich auch dazu, dann Dinge zu machen, Spieler zum Beispiel auszuleihen, wo man dann anschließend aber auch keine Möglichkeiten hat, sie dann an den Verein zu binden oder wirtschaftlich davon zu profitieren. Deswegen sind das Entscheidungen, die durchaus immer mal anstehen können und vielleicht auch notwendig sind. Aber dauerhaft sollte das dann nicht die Lösung sein. Wir müssen einfach sehen und das ist, das ist auch, das wird ja oft, auch bei der Fortuna wird das falsch verstanden. Wenn man dann zurückblickt, dann wird das immer als Nachtreten oder als Kritik verstanden. Ich glaube, man muss das ganz nüchtern bewerten. Es ist eben seit dieser Zeit, oder gehen wir noch weiter zurück, ist es der Fortuna nicht gelungen, eben Werte zu schaffen. Wir haben das NLZ in Flingern, wir haben hier in der Arena gehört uns leider gar nichts, hier sind wir nur Mieter. Und wenn man sich eben die Clubs in unserem Umfeld anschaut, da ist das anders. Und deswegen, das ist keine gute Voraussetzung, insbesondere in jetzigen Zeiten ist das keine gute Voraussetzung. Und deswegen müssen wir irgendwann damit anfangen. Und deswegen sind das so ein paar Stellschrauben, wo wir gesagt haben, das wollen wir nach Möglichkeit umsetzen. Und da sind wir schon ein ganzes Stück weitergekommen. So, und jetzt hoffen wir natürlich, dass diese Entscheidungen dann auch dazu führen, dass wir a, den sportlichen Erfolg auch kurzfristig haben und b, dass wir diese Werte schaffen. Wenn wir dann eben solche Verpflichtungen tätigen können, wie Aotanaka, der dann ausgeliehen wird, aber dann mit der Kaufoption und dann kriegt man das auch, dann ist das positiv. Und das müssen wir noch häufiger hinbekommen, um eben da nach und nach wirtschaftlich stärker zu werden. Das ist ein Teil. Natürlich müssen wir in einem anderen Bereich, müssen wir natürlich auch dazu beitragen. Dann lass uns mal beim Werteschaffen noch bleiben. Du kommst ja selber aus der Jugend, hast du ja gerade auch schon angesprochen. Wir haben jetzt wirklich gute Jungs ja auch im Kader, die aus der eigenen Jugend kommen. Emanuel Joa, Elione, Fernandes Neto jetzt ganz frisch, ganz, ganz junger, ganz, ganz junger Kerl noch. Jamil Siebert, der noch ausgeliehen ist in der dritten Liga, auch einen guten Job macht. Aber auch mal jetzt, sag ich mal, nicht nur Leute aus der eigenen Jugend, sondern ein Chris Klara, der als ganz junger Kerl hergekommen ist. Wo Werte geschaffen wurden. Bist du da mit der Entwicklung zufrieden? Sagst du, da ist immer noch trotzdem Luft nach oben? Und zweite Frage anschließend vielleicht. Kann die Fortuna auch tatsächlich vielleicht nur mit einer hervorragenden Jugendarbeit in den nächsten Jahren bestehen? Ich nehme gleich das zweite. Nein, das wird nicht ausreichen. Aber ich gehe auf das erste. Ich bin zufrieden mit dieser Entwicklung, aber wir haben noch ganz viel Luft. Das ist, wir müssen sehen, wie wir uns positionieren. Wir müssen sehen, wie wir unser Nachwuchsleistungszentrum positionieren. Wie wir dort auch in der Lage sind, eben frühzeitig Spieler an uns zu binden. Nicht in wirklich entscheidenden Jahren der Entwicklung der Spieler, sie dann an unsere großen Konkurrenten hier in unserem Umfeld zu verlieren. Im Moment ist das fast ein unmögliches Unterfangen, weil die wirtschaftlichen Bedingungen bei diesen Klubs natürlich sehr, sehr viel besser sind. Aber auch die Möglichkeiten, die den Spielern dort geboten werden, sind natürlich sehr viel größer. Man muss da Verständnis haben, dass die Spieler uns dann irgendwann verlassen. Also daran müssen wir arbeiten, dass wir im Alter 13, 14, 15 Jahren, dass wir da unsere großen Talente, die wir haben, dass sie da nicht abwandern und dass wir sie dann eben bei uns behalten können. Das ist eine große Aufgabe, das in den nächsten Jahren eben auch zu intensivieren. Das kostet auch immer Geld. Und wie gesagt, ich habe gerade schon die große Konkurrenz im unmittelbaren Umfeld angesprochen. Das ist ja nun mal im Rheinland so, dass es kein Unterschied ist, ob man jetzt von hier, wenn man in Karst wohnt, dann ist es kein Unterschied, ob ich nach Mönch Gladbach fahre oder zur Fortuna. Und so, das ist eben dieser dann auch ein Standortnachteil. Also da werden wir schon daran arbeiten müssen, da noch einen größeren Pool an Talenten eben an uns binden zu können. Wir werden aber auch daran arbeiten müssen, die Spieler dann auch noch besser auszubilden. Die Entwicklung muss ja immer weitergehen und da stehen wir auch gerade eben vor, glaube ich, vor entscheidenden Monaten. Es wird jetzt Veränderungen im Nachwuchsleistungszentrum geben. Frank Schäfer, der hervorragende Arbeit geleistet hat, wird uns auf eigenen Wunsch hin verlassen. Und das ist sehr schade. Ist aber auf der anderen Seite auch wieder eine Chance und Dinge neu zu organisieren und neu zu gestalten. Und von daher wird das schon ein ganz wichtiger Punkt in der Entwicklung der Fortuna sein. Aber auch wenn das dann noch erfolgreicher wird und wenn wir dort noch mehr Spieler eben auch für die Profimannschaft dann rekrutieren können, wird das alleine nicht ausreichen. Was braucht es noch? Ja, wir müssen auch in der Lage sein, wir müssen unsere wirtschaftlichen Rahmenbedingungen verbessern. Dass wir eben auch in der Lage sind, wenn unsere Scouts, das ist ja kein Selbstzweck, dass man sich Archive anlegt oder Daten hat und Informationen hat. Und wenn man dann Spieler entdeckt und sagt, die könnten für uns interessant sein, wenn das dann immer darin endet, dass man sagt, ja, finden wir toll, aber können wir uns nicht leisten, dann ist das auch unbefriedigend. Und das wäre schon schön, wenn wir da ein bisschen mehr Spielraum bekommen könnten. Merkst du denn, dass die Fortuna es geschafft hat, in den letzten zwei Jahren Vertrauen bei den Sponsoren oder bei potenziellen Geldgebern in der Stadt oder auch im Umland zurückzugewinnen? Also ich war bei sehr vielen Gesprächen dabei und die durch die Bank eigentlich positiv sind, wo das, was du ansprichst, wo das schon wahrgenommen wird, dass dieses, was wir uns ja auch zur Aufgabe gemacht haben, dass wir sagen, Mensch, Fortuna muss verlässlicher werden. Es muss eine größere Kontinuität herrschen. Dieses Vertrauen muss zu den Fans, zu den Anhängern, zu unseren Mitgliedern, all das muss wieder gestärkt werden. Das passiert dann natürlich nicht, wenn man sehr viele auch personelle Veränderungen hat. Und da jetzt eben verbunden mit der Hoffnung, dass wir jetzt in dieser Konstellation, wie wir jetzt zusammen sind, dass das eine Zeit lang dann auch anhält, das wäre natürlich sehr gut. Das muss natürlich von guten Ergebnissen oder von guter Arbeit, jetzt insbesondere im Vorstand, muss das natürlich begleitet werden, das ist klar. Aber ich glaube, das wird wahrgenommen und dass wir als, ja, mehr und mehr als seriöser Partner wahrgenommen werden. Das ist das eine, das ist jetzt mein Gefühl und das, ich glaube, da stehe ich auch nicht alleine da. Ich glaube, dass wir jetzt auch bei der Stadtspitze, so wie die Konstellation gerade ist, dass wir dort sehr viel, ja, dass es dort ein großes Vertrauen gibt und, glaube ich, auch ein großes Bemühen, dort enger zusammenzuarbeiten. Das sind dann schon zwei Dinge. Was jetzt eigentlich noch fehlt, ist nicht nur, ich sage, dieses Vertrauen zu haben, sondern sich auch zu engagieren. So, und das, da sind wir eben auch gefordert, sind wir unter Federführung jetzt von Alex Jobst, aber auch natürlich Arndt Hofemann und meine Person, wir sind da gefordert, einfach auch Ideen, Programme zu entwickeln, die eben, ich sage jetzt Partner, ich sage gar nicht Sponsoren, ich glaube, weil einfach in dieser Stadt eben für die Fortuna zu gewinnen und ohne diesen nächsten Schritt, eben auch ohne einen Schulterschluss zwischen, auf der einen Seite Stadt, aber auch Partnern in dieser Stadt, wird es sehr schwierig, diese große Lücke, die auch jetzt entstanden ist zwischen zweiter Liga, also Fortuna in der zweiten Liga und den Mannschaften in der ersten Liga, diese Lücke irgendwann nochmal zu schließen. Das ist, das wird sehr schwierig sein. Und wenn wir über dieses Potenzial in dieser Stadt reden, dann ist das da. Ja, aber ja, es muss auch mit guten Ideen hinterlegt sein und das ist etwas, an dem wir arbeiten und hoffentlich auch schnell Lösungen finden. Die Zusammenarbeit mit deinen Vorstandskollegen würdest du auch als gut und vertrauensvoll bewerten? Absolut, absolut. Wir, Arndt Hofemann war ja schon als Finanzdirektor schon vor mir da, Alex Jobs ist jetzt dazu gestoßen. Wir kannten uns vorher vom Sehen, aber jetzt nicht persönlich und es war vom ersten Tag an, war das ein sehr gutes Zusammenarbeiten. Wir haben gleich, glaube ich, auch auf persönlicher Ebene, ja, oder eine Ebene gefunden, wo wir gut zusammenarbeiten und nein, das macht sehr viel Spaß. Und ich muss betonen, dass ich über die Entwicklung nicht so glücklich war. Ich bin über Thomas Röttgermann. Thomas Röttgermann hatte damals den Kontakt hergestellt, auch wieder zur Fortuna. Und von daher habe ich mich natürlich auch für ihn stark gemacht. Und nur die Entwicklung war eben so, dass Thomas dann auch selber einen anderen Weg gehen wollte. Und von daher war ich sehr gespannt, eben, wer wird die Nachfolge antreten. Aber ich glaube, dass die Fortuna mit Alex Jobs da eine sehr gute Wahl getroffen hat. Und ihr drei, zusammen mit dem Aufsichtsrat, habt es ja, also jetzt sage ich als Außenstehender das, geschafft, dass eben auch Ruhe in dem Verein wieder ein bisschen eingekehrt ist. Das war ja auch, wir hatten damals auch im Gespräch eins der obersten Ziele, wo du gesagt hast, das ist ganz wichtig auch, um Erfolg zu haben und eben auch das Vertrauen von Partnern zurückzugewinnen. Ja, es ist, also das ist ja jetzt auch gar nichts, was so ungewöhnlich ist. Ich habe das Glück gehabt in einem... Na ja, hier war das doch schon lange Zeit. Hier ist es ungewöhnlich, hier ist es ungewöhnlich, aber als Voraussetzung für Erfolg. Also ich hatte, habe das Glück gehabt, auf der einen Seite als Spieler bei Werder Bremen zu sein, aber dann eben die Chance zu bekommen, in die sportliche Verantwortung zu kommen in diesem Verein. So, und dieser Verein war natürlich, da war ein, ja, ein Kernsatz oder ein wichtiger Punkt war einfach diese Ruhe, Kontinuität und eben auch sich nicht treiben lassen und daraus auch die Stärke herauszuziehen. Das war ganz wichtig. So, und das hat dazu geführt, dass man sehr erfolgreich gewesen ist. So, und von daher, auch bei meinem anschließenden Verein in Wolfsburg war das auf eine andere Art und Weise, war das aber auch das große Thema, eben nach turbulenten Zeiten auch wieder Ruhe reinzubringen. So, und, 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 ja, von daher ist das natürlich eine Voraussetzung. Bei all den Rahmenbedingungen, die wir hier haben, wenn man dann noch Unruhe in einem Verein hat, wenn dann noch gegeneinander gearbeitet wird und, 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 dann kann man die Uhr danach stellen, wann so etwas dann auseinanderbricht und, und, dass es da nicht funktioniert. Also, das wäre, das wäre mehr als ungewöhnlich, wenn man dann Erfolg hat. Also, deswegen ist das für die Fortuna, ist das eine Grundvoraussetzung, nicht langweilig zu werden, aber doch Ruhe zu haben und sich nicht treiben zu lassen und Entscheidungen eben versuchen, auch wirklich, die von außen natürlich oft sehr emotional da noch herangetragen werden. Wir müssen rational bleiben. Das wollte ich nämlich gerade fragen. Dieses sich nicht treiben lassen ist ja in einer Stadt wie Düsseldorf und bei einem Verein wie der Fortuna auch nicht immer so einfach. Du hast hier mit dem Express, mit der Bild zwei große Medien, die schon eben auch von großen Schlagzeilen leben. Du hast noch andere große Zeitungen mit der Rheinischen Post. Du hast Radio, du hast Fernsehen und so weiter und so fort. Die Fans, die sehr meinungsstark sind. Die auch ganz unterschiedlich, ganz unterschiedlich ticken. Absolut, das ist ja eine sehr, sehr heterogene Gruppe, natürlich. Und das alles wirkt ja darauf ein. Wie schaffst du das dann auch, nimmst du da deine Erfahrungswerte, dass du sagst, so davon lassen wir uns jetzt einfach nicht beirren, wir müssen da einfach das alles losgelöst davon sehen und uns auf uns und auf unseren Weg fokussieren? Ja, also auf der einen Seite ist es Erfahrung, wenn man so will. Und es ist auch ein Stück weit dann, ich sag jetzt mal, einfach dieses Vertrauen in sich selbst oder in die Organisation, dass man schon Dinge gut vorbereitet, dass man Entscheidungen gut vorbereitet und dass man abwägt, was man macht. Und dass dann eben der Blick von außen, der kann ja zu einem anderen Schluss kommen, aber der hat manchmal auch nicht dieses Wissen, was wir eben haben. Und da sind wir schon, da fühlen wir uns immer gut vorbereitet, um Entscheidungen zu treffen. Und dann ist es eben etwas, was ich in der Vergangenheit, glaube ich, eben dann auch gelernt habe, dass sich dieses Treiben lassen, eben nur weil das jetzt zu einem Thema wird und weil man eine Entscheidung erwartet und so, dass das nicht der Gradmesser sein kann, sondern es sind einfach die Vorgänge, die man innerhalb eines Clubs, die man dann umsetzen muss, wie man zu Entscheidungen kommt, so und muss eben sehen, dass man sich versucht, freizumachen von, ja, nicht komplett freizumachen von der öffentlichen Meinung. Aber das darf unser Handeln nicht bestimmen. Das fließt mit ein und das wäre dumm, eben auch Strömungen nicht mit aufzunehmen. Aber es darf nicht alleine verantwortlich sein für unser Verhalten oder für unsere Entscheidungen. So und da glaube ich, da kommt mir entgegen, dass ich auch mit dem Vorsatz angetreten bin, mich nicht mehr so aufzuregen und nicht über jede Schlagzeile jetzt gleich eben aus der Haut zu fahren. Und da ist es manchmal auch ganz gut, wenn man dann selber mal den Ball flach lässt und, ja, und dann versucht eben über richtige Entscheidungen dann die anderen auch wieder zu überzeugen. Auf deiner Emotionalität kommen wir gleich nochmal zu sprechen. Ich würde aber ganz gerne einmal mit dir einen Blick auf die aktuelle sportliche Situation werfen. Wie bewertest du sie und was ist die Ambition für die Rückrunde? Ja, das ist, es gibt fast so diese Betrachtungsweise vorm Lauternspiel und nach dem Lauternspiel. Das stimmt, das hat schon wehgetan. Ja, und deswegen, da müssen wir uns auch, wir haben das auch jetzt wieder zum Thema jetzt in den ersten Trainingstagen, auch wenn wir, wenn ich dann zur Mannschaft gesprochen habe oder wenn der Trainer zur Mannschaft gesprochen hat, dann, dann glaube ich, wären wir mit einem Sieg gegen Lautern, würden wir jetzt hier ganz anders sitzen und würden mit einer größeren Selbstverständlichkeit über unsere Chancen eben auch in der Rückrunde reden. So, und dennoch darf man, ich habe es bei der Mitgliederversammlung gesagt, also das würde uns nicht zurückwerfen. Das ist etwas, woraus wir lernen müssen und wir müssen mit Enttäuschungen leben. Wir müssen aber versuchen eben, ja, weniger Enttäuschungen geschehen zu lassen. Und wir haben eine Mannschaft beisammen, die dieses Potenzial hat, da oben mitzuspielen. Ich würde uns nicht als den logischen Aufstiegsfavoriten sehen oder auch gesehen haben vor der Saison und jetzt aus der Situation heraus sowieso nicht, aber wir können da oben mitspielen. Und wenn viele Faktoren zusammenkommen, das heißt auf der einen Seite, dass diese Mannschaft, so wie sie jetzt zusammengestellt ist, dass sie eben wenig verletzte Spiele hat, dass diese Mannschaft sich weiterentwickelt. Jeder Einzelne hat noch sehr viel Potenzial, was er noch entwickeln kann. Wenn sie sich als Mannschaft taktisch und im Mannschaftsverbund weiterentwickeln, dann kann das funktionieren. Das kann funktionieren, wenn wir diese Ruhe auch weiterhin bewahren, wenn wir uns nicht gegenseitig immer wieder, jede Woche wieder neu bewerten. Ja, jetzt ist der Zug abgefahren, jetzt geht es nicht mehr und jetzt sind wir wieder der Aufstiegsfavorite. Wir müssen da auch eine größere Gelassenheit hinbekommen. Das ist Gelassenheit, aber nicht als, entweder geht es oder es geht nicht. Nein, wir müssen diesen Erfolgshunger, den müssen wir einfach entwickeln und diese Streben eben besser zu werden, gewinnen zu wollen. Und das an jedem Trainingstag, bei jedem Spiel, das müssen wir noch mehr verinnerlichen. So, und wenn ich jetzt die Punkte gesagt habe, dann gehört auch dazu, dass wir so wie die Entwicklung gerade in den letzten Spielen war, das St. Pauli-Spiel mit 37.000, 38.000 Zuschauern, Lauternspiel mit 44.000 Zuschauern und dann die Unterstützung, die unsere Mannschaft dann hat. Wenn das bestehen bleibt, wenn unsere Mannschaft das auch weiter befeuern kann, glaube ich, dann haben wir sehr gute Chancen, da nochmal mit einzugreifen. Erfolgshunger ist ein gutes Stichwort. Ich finde, das passt ganz gut auf Dani Thun, auf den Trainer, dass er das schon ganz klar vermittelt nach draußen, dass er diese Gier nach Erfolg hat. Ich finde sowieso, dass er auch gut passt, sowohl zum Verein als auch zur Stadt. Mal losgelöst davon, dass er gut passt. Wie bewertest du denn seine Arbeit und auch seine bisherige Entwicklung von der Mannschaft? Ich will vielleicht nochmal auf diesen Erfolgshunger kommen. Das ist, wir haben eben, haben wir über die Fortuna gesprochen und auch unterschiedliche Wahrnehmungen und wo man hin will und so. Und ich glaube, dass der Fußballverein Nummer eins oder der Verein Nummer eins in dieser Stadt, dass der diesen Ehrgeiz haben muss, eben diesen Erfolg eben in sich zu tragen. Und eben auch alles, was man tut, muss, glaube ich, immer auf Erfolg ausgerichtet sein. Und ich glaube, da dürfen wir uns nicht auf den falschen Weg begeben, dass wir, auf der einen Seite ist es so, dass man Traditionen, dass man die bewahren muss und das, was geleistet worden ist, dass man das wertschätzt. Aber auf der anderen Seite müssen wir auch die Augen offen haben, wo wir uns weiterentwickeln können, wo wir besser werden müssen und wo wir einfach diesen Wettkampf annehmen müssen. So, und das wird ganz wichtig sein. Das muss ein, wir sind nicht Breitensport, um das mal so zu sagen, wo das Ergebnis keine Rolle spielt. Bitte jetzt nicht falsch verstehen, Breitensport ist eine Notwendigkeit. Aber wenn wir über den Profifußball reden, dann geht es eben um Resultate und es geht darum, da eben das Bestmögliche herauszuholen, herauszukitzeln. Und dafür bin ich angetreten, das ist eben meine Station genannt. Und ich bin davon getrieben worden, in meiner ganzen Zeit, eben aus einem Wesenzug, wenn ich das mal so sagen will, darf der in meinem Bruder stecken, so wie bei mir, einfach nicht verlieren zu wollen. So, und da sind wir bei Daniel Thun, der das auch in sich trägt. Der sagt, also mein Platz ist irgendwann, was sagt er immer, 15.30 Uhr Samstags. So, da wissen wir alle, was gemeint ist. So, und das ist ganz wichtig. Das ist ganz wichtig. Es geht hier nicht darum, hier noch ein Jahr Trainer zu sein oder noch ein zweites Jahr Trainer zu sein, um eben da gewesen zu sein, sondern es geht darum, Dinge voranzutreiben, weiterzuentwickeln. Wir auf der einen Seite, wir haben eben über Werte schaffen gesprochen, Infrastruktur, Trainingsbedingungen und, und, und. Immer wieder jeden Tag zu sehen, wo kann man sich verbessern. Ja, und der Trainer eben, dass er jeden Tag, und wer sich die Trainingseinheiten anschaut, der kriegt vielleicht noch ein besseres Gefühl dafür, als wenn man es dann nur beim Spiel sieht. Wie akribisch, eigentlich ein Wort, was ich gar nicht so gern herausstelle, weil alle arbeiten da akribisch dran, eben sich zu verbessern, wie eben mit so viel Sorgfalt eben an kleinen Dingen gearbeitet wird, sich zu verbessern, zu verbessern, zu verbessern, ja, um einfach erfolgreich zu sein. Und das ist genau der richtige Mann, der richtige Trainer, den wir brauchen, um eben das eben, ja, nicht nur zu sagen, sondern jeden Tag zu leben. Ja, und den Spielern das einfach auch immer wieder jeden Tag zu vermitteln. Weil bei einem Spieler ist das auch so. Ich habe selber erlebt, da kann auch mal eine Saison, ja, so vieles sind mehr drin. Und dann muss es eben wieder geweckt werden. Es ist eben dieser, hier, du kannst mehr, du kannst dich weiterentwickeln, du kannst noch mehr investieren, du kannst dich noch mehr für die Mannschaft einbringen. Und, 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 es gibt so viele Dinge, an denen man sich, wo man sich verbessern kann. Und wenn das alles zusammenkommt, dann kann das eine außergewöhnliche Wirkung haben. Und die Chancen, das hinzubekommen, die sind mit Daniel Thüringen, glaube ich, sehr gut. Du bist ja auch ein oft gesehener Trainingsgast selber am Platz. Ist das ein Grund, dass dir das so wichtig ist, beim Training regelmäßig zu sein, um diese tägliche Gier zu sehen, zu sehen, das ist noch da, das erkenne ich noch? Oder gibt es noch andere Gründe, warum der das wichtig ist? Ja, jeden Tag diese Gier zu erkennen, das ist, also es gibt auch Trainingseinheiten, wo der ein oder andere Spieler mal nicht so gut drauf ist und wo vielleicht auch keine so große Spannung ist. Wo ein Trainer dann auch hinterher sagt, heute war das nicht so viel. Aber das ist auch normal, das ist normal. Aber so tendenziell sollte das schon da sein. Es ist schon sehr wichtig, einfach zu sehen, wie verhält sich der einzelne Spieler, wie verhält er sich in der Gruppe. Was zeigt er im Training und was zeigt er im Spiel? Ist da eine große Diskrepanz zwischen dem, was er im Spiel zeigt und im Training zeigt? Und wie entwickelt er sich weiter? Das sieht man dann manchmal doch viel besser. Dann in Trainingseinheiten und in Aktionen, wo dann viel mehr Ballkontakte da sind, auf einem kleinen Feld gespielt und so weiter. Nein, das ist eine Grundvoraussetzung, wenn man für die sportlichen Dinge verantwortlich ist, dass man auch diese Nähe hat. Und das ist auch durch die Tatsache, dass Christian Weber Sportdirektor ist, wird das nicht aufgehoben. Das ist auch für uns ganz wichtig. Er ist sowieso auch ganz, ganz dicht dran. Aber auch der Austausch, den wir dann anschließend haben, untereinander, aber dann eben auch mit dem Trainer, ich glaube, das kann man dann nur auf Augenhöhe führen, wenn man die Dinge auch gesehen hat. Du warst jetzt beim Training, ein anderer nicht, nämlich Nana Ampoma war nicht beim Training. Du wirktest auch verärgert rund um diese Thematik. Nachvollziehbar aber auch, oder? Also da kommt dann vielleicht auch diese Emotionalität dann hoch. Also nachvollziehbar, also jeder, der da anders denkt, also da könnte ich gar kein Verständnis jetzt für haben. Nein, es gibt immer Dinge, die dazu führen können, dass man zu spät kommt oder dass man nicht da ist. Aber in dem Fall sieht es so aus, dass es eben keine widrigen Umstände waren, die dazu geführt haben. Nein, was mich ärgert, wir haben eben über diese Gier, über diese Motivation gesprochen, sich zu verbessern. Und das jeden Tag. Und jeden Tag zu fragen, wie kann ich mich verbessern, aber was kann ich eben auch tun, damit diese Mannschaft noch besser funktioniert. So, und da habe ich meine Aufgabe. Und eine Aufgabe ist eben da zu sein, diese Disziplin eben aufrecht zu erhalten. So, und dann sind es eben solche Dinge, die unsere Arbeit behindern. So, und dann kommt aber noch eine Vorgeschichte bei Nana, das wissen wir ja, was vorher passiert ist. Um es kurz zu machen, ich will dem auch gar nicht zu viel Raum jetzt geben. Es ist einfach schade, dass ein Spieler, der Fähigkeiten hat, dass der nicht in der Lage ist, sich eben auf diese Dinge zu konzentrieren und sich in einen Zustand zu bringen, dass er uns helfen könnte und vor allem sich selbst helfen könnte. So, und das ist schade. Es sieht danach aus, dass dort leider ein junger Mensch ist, der sehr talentiert ist, aber der sein Talent in gewisser Weise verschleudert. So, und das tut weh, weil wir investieren eine Menge und die Mannschaft hat versucht, ihm zu helfen. So, und wir auch, weil es gibt nichts Schöneres, als einen Spieler zu entwickeln, dass er Erfolg hat, dass wir gemeinsamen Erfolg haben. So, und da haben wir jetzt gerade mal wieder eine Enttäuschung miterleben müssen. Und deswegen, glaube ich, darf man dann auch emotional werden. Kommen wir mal von einem ärgerlichen Thema, was wir jetzt gerade hatten, zum Thema, wir haben einen Einspieler. Emotionalität passt da gut und auch Nähe zur Mannschaft, wie ich finde. Denn Matthias Zimmermann hat sich geäußert, und zwar so. Hey, Klaus, der Zimbo hier. Kannst du dich noch daran erinnern, in Kiel oder von der Tribüne aus mit dem Robben Hennings während dem Spiel eine Diskussion hattest? Grüße! So, eigentlich im Nachgang ja eine ganz lustige Geschichte, oder? Wenn man so darüber zurückguckt, oder kannst du da gar nicht drüber schmunzeln? Doch, also das Schlimmste ist, wenn man nicht ein Thema abhaken kann. Der Moment für mich, unbefriedigend. Vielleicht muss man das unseren Zuhörern erklären. Bitte gerne, ja. Ruven wurde eingewechselt. Das war zu Corona-Zeiten. Also man konnte das, was auf der Tribüne gesprochen wurde, konnte man sehr gut verstehen. Und ich hatte den Eindruck, dass Ruven eben in der Spielphase eben nicht den Weg gegangen ist, den ich mir vorgestellt habe. Und habe reingerufen, Ruven! Und dann lief Ruven ins Spielfeld und machte dann einen Blick, drehte sich um und schaute zu mir ganz entrüstet auf die Tribüne. So, und ja, da war ich in dem Moment, ja, war es das, was ich von dem Spieler erwarte. Das hat er da nicht so umgesetzt. Und das war eine schwierige Phase. Das darf man nicht vergessen. Und wo wir eben alle gebraucht haben und was bei Ruven ja auch meistens auch der Fall ist, dass er sich eben einbringt. Aber in dem Fall war es nicht so oder ich habe das nicht so gesehen. So, und wir haben uns anschließend, haben wir uns dann aber ausgesprochen. Und ich habe ihm das erklärt, was ich für Erwartungen in ihn habe, aber auch in andere Spieler. So, und da muss ein Spieler auch damit leben können, dass dann in dem Falle zu Corona-Zeiten hört man es dann. Sonst hätte man es wahrscheinlich gar nicht gehört. Aber auch wenn er es nicht gehört hätte, hätte ich es anschließend angesprochen. Und ja, ich finde, diese Aufgabe habe ich einfach als Verantwortlicher. Dann Missstände oder Dinge, die ich als Missstand ansehe. Wir können uns doch hinterher, kann es auch sein, dass wir eine Erklärung haben und dass ich sage, dann habe ich falsch gelegen. Aber dass man Missstände eben anspricht. Und wenn der Spieler, wenn er sich verinnerlicht, dass es nie persönlich ist, sondern dass es immer darum geht, der Mannschaft zu helfen und insbesondere auch dem Spieler zu helfen. Ich glaube, dann sind wir schon ein ganzes Stück weiter. Also wir verstehen uns weiterhin gut. Ja, das merkt man ja auch so. Gut, losgelöst davon. Das Thema Werteschaffen hat es soeben ja auch ein paar Mal angesprochen. Jetzt ist leider ja im, ich glaube, es war im Dezember, rausgekommen, dass David Kovnacki seinen Vertrag nicht verlängern möchte bei der Fortuna. Ja, teuerster Einkauf der Vereinsgeschichte bei der Fortuna und eventuell steht am Ende gar keine Einnahme auf der Haben-Seite. Eine Geschichte, die dir mit Sicherheit nicht gefallen kann, wenn es auch um Werte schaffen geht. Jetzt wird aber gerade aktuell spekuliert in der Bild-Zeitung, dass Borussia Mönchengladbach vielleicht interessiert ist, ihn im Winter zu holen. Könntest du dir einen vorzeitigen Verkauf vorstellen, wenn die Konstellation stimmt? Ich vermute mal, einer der Hauptpunkte wäre, dass eben auch ein zumindest, ja adäquater Ersatz ist immer schwer zu sagen, aber eben, dass eben dann ein Ersatz da ist, den die Fortuna hat. Ich fahre mal ganz vorne an, weil das ist immer, das wird oft nicht so verstanden, was passiert mit Ablösesummen, was ist da los? Und deswegen ist es, wir sind nun mal in den Zeiten, in denen wir jetzt sind, dass Spieler am Ende ihres Vertrages ablösefrei sind. Das war vor einer guten alten Zeit, war das anders. Das ist doch schon lange her. Das ist schon lange her. Und David ist damals für eine sehr hohe Summe verpflichtet worden. Diese Entscheidung ist getroffen worden. Das muss man so akzeptieren. Dafür gab es viele Gründe. Und David ist aber Jahr für Jahr abgeschrieben worden. Das hört sich jetzt in dem Zusammenhang mit einem Menschen oder Spieler, hört sich das seltsam an. Aber er ist abgeschrieben worden. Und der Wert wird am Ende der Null sein. Der Buchwert von David wird Null sein. Von daher ist es faktisch kein Verlust. Idealerweise hätte man natürlich ein Jahr vorher oder zwei Jahre vorher den Vertrag verlängert. So, um das dann, um das zu verhindern oder dann vielleicht eine Möglichkeit zu haben, ihn dann zu verkaufen. Nur, wir schauen jetzt mal zurück, die letzten Jahre, die Entwicklung von David, die hat lange Zeit, ist die in die falsche Richtung gegangen. Und erst nach der Ausleihe nach Polen, zurück zu seinem Klub, hat er sich wieder gefangen und spielt so gut, wie er jetzt spielt. So, und von daher war es einfach jetzt die Situation, dass es auch nur noch ein Jahr Restlaufzeit gab. Und ja, da muss man dann eben auch, wenn man dann so wie wir nicht die Möglichkeit hat, dann eben auch, ich sage jetzt mal, über finanziellen Anreiz jemanden zu überreden, da muss man damit rechnen, dass ein Spieler dann auch sagt, dann lasse ich den Vertrag auslaufen und will dann auch vielleicht was anderes machen. Ich glaube, das ist nicht die tollste Lösung, ist aber auch kein Super-GAU, um das mal so zu sagen. Das wird immer so als die Katastrophe hingestellt. Ich sage, auf der anderen Seite hätte es eben auch sehr großer finanzieller Bemühungen bedurft, um so einen Vertrag zu verlängern. Das muss dann auch nicht immer gut sein. Das nur mal zur Erklärung, um das auch mal immer richtig einzuordnen. Ja, ist auch sehr interessant. Nein, was das bedeutet. Da macht man es sich immer leicht, warum nicht vorzeitig verlängern und so weiter. Oft ist es dann eben auch immer nur der Klub, der ins Risiko geht, eben um frühzeitig dann eben auch meistens dann zu erhöhten Konditionen dann Verträge zu verlängern. So, jetzt kommen wir auf die aktuelle Situation. David hat in der Vorrunde für uns gute Leistungen gebracht und ist ein wichtiger Spieler. Und von daher gibt es aus sportlicher Sicht, gibt es jetzt überhaupt keine Veranlassung, insbesondere wenn wir über unsere Aussichten reden, ihn abzugeben. So, und dennoch ist die Fortuna in einer Situation, wo wir immer diesen wirtschaftlichen Aspekt, den müssen wir immer mit in Betracht ziehen. So, wie wir es im letzten Jahr bei Carlet gemacht haben, der auch noch ein Jahr Vertrag hatte. So, und dann plötzlich eben auch bei Jakob Piotrowski, der ja gar nicht auf der Verkaufsliste stand, wo dann plötzlich ein Angebot da war, wo wir gesagt haben, das müssen wir jetzt abwägen. Was macht mehr Sinn? So, und das wird immer unsere Einstellung sein. So, und nur da jetzt darüber zu spekulieren, und das kann ich an der Stelle auch sagen, es gibt weder, ich glaube kurze Zeit wurde über Chris Klara und Mainz spekuliert, was hatten wir noch? Jamil Siebert gab es auch mal Spekulationen. Für uns, also wir können nicht, wir können uns jetzt nicht schon ein Drehbuch schreiben für den Fall, dass es ein Angebot gibt. Wenn es das Angebot gibt, dann haben wir noch genügend Zeit darüber nachzudenken. Dann haben wir auch unsere Denkmuster, die haben wir schon. Also, um es klar zu sagen, es gibt im Moment, gibt es keine konkrete Anfrage für David, weder für einen anderen Spieler, auch für Aro gibt es keine konkrete Anfrage. Also, von daher können wir jetzt erstmal davon ausgehen, dass wir mit den Spielern, die jetzt zu unserem Kader gehören, dass wir mit denen eben auch in die Rückrunde gehen. Sollte sich das verändern, nicht sagen, der hat aber damals gesagt, machen wir nicht. Das hast du ja auch nicht gesagt. Habe ich auch nicht gesagt, deswegen habe ich das ja auch erklärt. Bei uns wird immer dieser, ich hoffe, dass sich das irgendwann mal ändert, dass wir sagen, für uns interessiert nur der sportliche Aspekt. Geld haben wir genug oder wir können so walten und schalten, wie wir wollen und das wäre schön, wenn wir da mal hinkommen könnten. So, sollte sich das ändern, wird es konkrete Angebote geben, dann werden wir uns damit auseinandersetzen. Aber immer, auf der einen Seite natürlich muss es wirtschaftlich stimmen und auf der anderen Seite wollen wir auf gar keinen Fall, wollen wir unsere sportlichen Ambitionen, wollen wir runterschrauben. Ist es denn zumindest, sag ich mal, in der mittelfristigen Zukunft das Los vielleicht auch von einem Verein wie Fortuna Düsseldorf, dass immer wieder größere Umbauarbeiten am Kader vorgenommen werden müssen, weil eben Spieler, die hier sich gut präsentieren, interessant werden für andere Vereine, wo man finanziell nicht mehr mitteilen kann. Man hat Leihspieler, die eventuell dann nicht gehalten werden können. Ist es das Los mittelfristig? Ja, natürlich, aber das geht vielen Vereinen. 80 Prozent, 90 Prozent der Vereinen geht es so. Und bei uns ist es ja klar, auf der einen Seite ist es der wirtschaftliche Aspekt, aber es ist auch der sportliche Aspekt. Sollte ein Spieler so gut sein, dass er eigentlich, wir sind in der zweiten Liga, um das Szenario mal aufzubauen, wir sind in der zweiten Liga und dieser Spieler ist so gut, dass sein nächster Schritt eigentlich die erste Liga sein müsste oder ein Klub im Ausland, dann gehört auch dazu, dass man so einem Spieler, immer unter der Voraussetzung, dass das wirtschaftliche passt, dass man so einem Spieler dann eben auch diese Entwicklung dann nicht verwehrt. Also von daher wird das Los der Fortuna, glaube ich, noch viele, viele Jahre bleiben, vielleicht sogar für immer. Aber auch nochmal der Blick zurück, das war auch das Los von Werder Bremen. Das war sogar das Los vom VfL Wolfsburg. Wenn ich da eine Personalie einschieben darf, wenn man Kevin de Bruyne in seinen Reihen hat und eigentlich auch keine wirtschaftlichen Notwendigkeiten hat, dann sagt man sich eigentlich, ja, den musst du ja nicht abgeben. Aber wenn diese sportliche Entwicklung dann so für den Spieler so außergewöhnlich sein kann, dann gibt es keinen anderen Weg. Und deswegen, den haben wir dann in Deutschland, wo das nicht so ist, vielleicht ist es Bayern München, Borussia Dortmund auch nicht. Nee, Borussia Dortmund auch nicht. Also deswegen, das ist ein Bestandteil des Fußballs geworden und ein Bestandteil sowieso der Klubs wie Fortuna Düsseldorf. Würdest du eigentlich, wenn du dich reinversetzen kannst in den Spieler, würdest du sagen, ich wäre gerne jetzt nochmal Spieler oder bist du froh, dass du in deiner Zeit Spieler warst, in der du Spieler warst? Weder noch, weder noch. Also es ist keine traurige Betrachtung, ach, wäre ich doch jetzt Spieler, aber auch keine, ja, aber auch keine Glorifizierung unserer Zeit. Ich glaube, ich glaube, heute für mich als Stürmer wäre es viel angenehmer. Die wären mehr geschützt. Die wären mehr geschützt. Früher musste, der Abwehrspieler konnte den Ball zum Torfahrt zurückspielen, der hat ihn in die Hand genommen. Also jetzt Pressing war nicht nur nicht angesagt, sondern hätte auch gar keinen Sinn gemacht. Ich glaube, dass der Stürmer viel mehr geschützt ist und dass wir inzwischen auf Trainingsbedingungen, Spielbedingungen haben, die außergewöhnlich sind. Also das sind schon tolle, unabhängig jetzt von den Verdienstmöglichkeiten, das war zu unserer Zeit, war das auch in Ordnung. Das war dann zu Zeiten von Paulianis oder war das viel, viel schlechter. Da hat es ja diese Entwicklung gegeben. Nein, aber was die Rahmenbedingungen angeht, was die Begeisterung für den Fußball angeht, die ist ja dann nochmal größer geworden. Immer volle Stadien oder meistens volle Stadien zu haben, das ist schon außergewöhnlich. Also von daher würde es jetzt schon, also auch aus anderen Gründen würde ich gerne da nochmal mitmachen können, ja. Allein schon regelmäßig volles Fortuna-Stadion hat es ja nicht gegeben, obwohl ihr so erfolgreich wart. Ja, aber das war eben nicht nur Fortuna, sondern das war Bundesliga-Fußball. Also Stadien mit, keine Ahnung, mit 15.000, 20.000 Zuschauern, selbst bei einem Fassungsvermögen von 50.000 oder 60.000, das war ja keine ungewöhnliche Situation. Selbst zu meiner Zeit in Köln. Köln ist gefühlt jetzt, glaube ich, immer ausverkauft. Die müssen ein Köln-Stadion aufmachen. Malten-Müngersdorfer Stadion mit einer Mannschaft, die, glaube ich, nicht so schlecht war und mit vielen Nationalspielern gespielt war. Ja, was, was hatten wir auch zwischen 15.000, 20.000, 25.000 Zuschauern. Es war eine andere Zeit. Fußball war noch nicht so, ja, so allgemein gesellschaftlich anerkannt. Es war immer noch verstärkt ein Arbeitersport. Das darf man nicht vergessen. Die Zeit rennt schnell und vieles wird zur Normalität. Und da hat es ja eine unheimliche Entwicklung gegeben, was die Akzeptanz angeht und vor allem auch, was die Medienpräsenz angeht. Da, wo man ja früher gedacht hat, wenn noch mehr Fußball gezeigt wird, dann führt das dazu, dass die Leute nicht mehr ins Stadion gehen. Das Gegenteil ist der Fall. Das, was man sich noch mehr dafür interessiert und eigentlich auch dabei sein will. Volles Stadion haben wir jetzt auch gehabt bei der Fortuna in den letzten beiden Spielen. Du hast es eben schon mal angesprochen, gegen Lautern über 40.000, gegen Pauli fast 40.000. Was also möglich ist hier in der Stadt, kann man da ja sehen, bei auch attraktiven Gegnern, muss man natürlich dazu sagen. Lautern hat fast 10.000, Pauli auch. Aber gut, das ist alles in Ordnung. Würdest du sagen, das ist auch ein Anzeichen dafür, weil wenn wir noch mal ein bisschen zurückgucken in die Corona-Zeit, wo die Stadien leer waren, hatte man ja so ein bisschen die Befürchtung, wenn das wieder weitergeht, wir wissen nicht genau, ob die Zuschauer alle wieder so kommen, ob das einfach so ist wie vorher und die einfach bedingungslos wiederkommen, die Fans. Findest du das ein Anzeichen dafür, dass man diesen Kampf um die Fans gewinnen kann? Gewinnen kann auf jeden Fall, aber noch nicht gewonnen hat, um das gleich einzuschränken. Ich glaube, wir sind natürlich auch mit den Ereignissen, die wir jetzt gerade hatten mit der WM in Katar und all diesen Dingen, ich glaube, die dem Fußball dann insbesondere an der Basis dann, glaube ich, wehtun und viele Dinge dann in Frage stellen. Ich glaube, da müssen wir sehr vorsichtig sein, was unser Verhältnis eben auch zu unseren Fans angeht. Da muss man, glaube ich, DFB hat das gerade als großes Thema, aber das gilt auch für die Vereinsmannschaften. Aber ich glaube, die Liebe zum Fußball und die Liebe zu diesem Spiel und einfach zu den tollen Erlebnissen, die man rund um so ein Spiel haben kann, ich glaube, die ist sehr groß und wenn wir das pflegen und wenn wir da wirklich auch unsere Lehren aus all den Dingen, den negativen Dingen ziehen, ich glaube, dann wird der Fußball schon Sportart Nummer eins bleiben und eben auch mit dieser Begeisterung und auch wieder mit diesem Zuspruch auf Dauer, den wir in den letzten Jahren einfach erlebt haben. Jetzt, wo du die Nationalmannschaft ansprichst, du hast ja selber da gespielt, Erfolge gefeiert, mit sehr viel Herzblut auch gespielt für die Nationalmannschaft. Europameister geworden, Kapitän bei der WM 86. Da war ich kein Kapitän, aber habe ich gespielt, ja. Was? Nach der WM war ich Kapitän, ja. Okay. Was muss da aus deiner Sicht denn passieren? Weil im Moment hat man so ein bisschen den Eindruck, die Nationalmannschaft wird überkritisch gesehen hier in Deutschland. Hast du, du wirst mit Sicherheit auch eine Idee haben oder dir Gedanken gemacht haben, was muss da passieren, dass diese Nationalmannschaft wieder von den Fans richtig geliebt wird? Ja, dieses Patentrezept gibt es natürlich nicht. Und wenn man sagt, früher war alles besser, dann ist das auch falsch. Wir haben auch schlechte Spiele gemacht und da hat es auch Kritiken gegeben, wo man gesagt hat, die haben nicht mit so viel Herzblut gespielt, um das auch mal zu sagen. Das ist ja dann auch immer vereinfacht dargestellt. Nur, auf der anderen Seite ist es so, dass man, ja, dass wir zu einer Nationalmannschaft gehört, einfach eben auch diese, dass man diese Begeisterung lebt als Mannschaft. Wenn man über eine Turniermannschaft spricht, dann ist das ja nicht eine Sache, dass man dann plötzlich zu einer Mannschaft wird, sondern dass man irgendwo dann eine gemeinsame Sache macht, dass man eben auch für sein Land dann eintritt und so. Und das habe ich, ich glaube, das ist dann auch der zusätzliche Kick. Wir haben gute Spieler, wir haben gute Spieler. Teilweise natürlich nicht so in Form und vielleicht, ja, man kann auch über die Zusammensetzung, aber ich glaube, dass wir nicht sagen können, wir haben diese Talente nicht, die in anderen Ländern da sind. Ich glaube, Frankreich ist außergewöhnlich, aber ich glaube, dass gerade England oder andere Nationen da auch jetzt nicht so viel besser aufgestellt sind als wir in Deutschland. Aber wir müssen einfach diesen zusätzlichen Kick, den muss es geben. Es darf keine Normalität sein, dann auch in der Nationalmannschaft zu spielen, sondern es muss was Besonderes sein und das muss man vor dem Spiel dann auch spüren und diese Begeisterung, die muss dann da sein. Die muss aber auch von draußen kommen. Und ich glaube, wir haben den Riesenfehler gemacht, eben von Anfang an. Wir haben es ja, glaube ich, jeder hat es ja im Umfeld erlebt, wie sich jeder gewunden hat. Und ja, darf ich jetzt Katar schauen oder darf ich es nicht und so weiter und das ist ja, das ist ja. Und dann noch mit der Geschichte um die Binde, die getragen werden sollte und so. Wir haben so viele Themen reingebracht, die so diese echte Begeisterung, auch für die Spieler und dieses Totale sich einbringen und zu wissen, ich habe die totale Unterstützung auch der Fans und der Zuschauer. Das hat gefehlt und das muss zusammenkommen, weil sonst fehlt dann am Ende was, weil dafür sind die Nationen zu dicht zusammengerückt. Dann ist plötzlich Marokko da, wo sie sind, weil sie so viel dazugelernt haben, weil sie eben auch inzwischen alles können. Und dann bedarf es eben auch gerade bei so einem großen Turnier eben dieser Zutaten, dieser Begeisterung, dieser zusätzlichen Motivation, zu einer verschworenen Gemeinschaft zu werden, zu wissen, zu Hause in Deutschland, da halten doch alle zu mir und sind auf unserer Seite. Das führt dann zu großen Leistungen. Als die WM 86 war, war ich 10. Trotzdem habe ich ein Bild noch im Kopf von dir. Also ich kann mich noch an dich als Spieler erinnern. Und dich im Fortunatrikot, tatsächlich, da war ich noch zu jung, so im Nachgang. Wir haben ja im Hintergrund ein schönes Bild tatsächlich, wo du mit einer überdimensionalen Torjägerkanone stehst. Wenn du so deine Karriere vielleicht so mal ein bisschen rekapitulieren lässt, gibt es so drei, vier Bilder, die dir in den Kopf schießen, wo du sofort sagst, das könnte ich als Foto ausdrucken, das hätte ich sofort parat? Ich muss immer sehr, ich habe ja das Glück gehabt, dass ich auch nach meiner aktiven Zeit so viele tolle Ereignisse mitgemacht habe. Die können wir schon jetzt mit reinnehmen. Ja, Champions-League-Spiele mit Werder, so, was mir natürlich, und bitte Verständnis dafür haben, ist natürlich, wenn man mit Werder 2004 Meister wird, und das damals noch, das war, glaube ich, die letzte oder vorletzte Saison im Olympiastadion, das bei Bayern München, so, dass das eben, so, wenn man vorher als Spieler deutscher Meister war, wenn man die Erfolge hatte, und wenn man dann eben in einer anderen Funktion, wo das ja fast noch intensiver gelebt wird als als Spieler, wenn man dann auch wieder diesen Erfolg hat, dann ist das schon ergreifend, und das ist schon toll, und wenn man so viele Spieler entwickeln kann, vom ersten Gespräch, wo man noch nicht weiß, kommt man zueinander, eben bis zu diesem Erfolg, den man dann gemeinsam feiert, oder wenn dann Spieler weitergehen und Weltklasse-Spieler werden, ob das Mesut Özil ist, ob das ein Miro Klose ist, ob das ein Claudio Pizarro ist, Pierre Mertesacker, und all diese, das sind natürlich, das sind Erinnerungen, die natürlich hochkommen, aber für mich persönlich, und deswegen ist das so schön, dass da das Bild mit meinem Bruder ist, ist natürlich, ja, sind es die Spiele, die wir gemeinsam gespielt haben, weil das ist einfach das Höchste, was man erleben kann, wenn man mit seinem Bruder eben auf der Ebene, auf diesem Niveau gemeinsam spielen kann, und dann, klar, dann kommen natürlich Pokalsiege, und das legendäre Europapokal-Einspiel, das kommt natürlich sofort dann auch in den Sinn, ja. Ja, wir überlauschen jetzt einmal den Sportdirektor, Chris Weber, denn der hat uns gesagt, dass du dir für das neue Jahr persönlich sehr viel vorgenommen hast. Gucken wir mal. Hallo Klaus, Chris hier. Wie ich höre, bist du im Fortuna-Podcast zu Gast, und dann habe ich doch direkt eine Frage, die ich gerne mal an der Stelle loswenden wollen würde, und zwar, wie ich höre, arbeitest du ja gerade an einer neuen Karriere, und deswegen wollte ich mal nachhören, ob wir dich denn in den kommenden Jahren nochmal bei der Tour de France anzusehen kommen, oder wie du da genau deine Stelle jetzt auszählst. Ich freue mich auf deine Antwort und wünsche dir einen schönen Tag und ganz, ganz viel Spaß im Fortuna-Podcast. Liebe Grüße, Chris. So, das muss natürlich jetzt aufklären. Ja, ja, die können die Informationen nicht bei sich behalten, ne, so ist das nochmal. Nein, also Tour de France habe ich lieben, ich habe mich vorher überhaupt nicht für Radrennsport interessiert, wenn man in Frankreich dann spielt oder dort lebt für eine gewisse Zeit, dann wird man infiziert, und von daher habe ich es lieben gelernt und finde es toll, aber jetzt nicht so, dass ich selber draußen in der Gegend rumfahre mit rasierten Beinen und da die Kilometer abreiße. Und im gekauften gelben Trikot. Ja, das würde ich sowieso nicht machen. Aber da gibt es auch schöne Fortuna-Trikots für Radfahrer, habe ich gesehen. Nein, aber was ich, das steckt eigentlich dahinter, ich habe immer die Vorsätze und in diesem Jahr möchte ich es auch wirklich umsetzen, dass ich mehr Sport treibe. Und mit meinem Knieproblem ist es so, dass ich nicht joggen kann und da ein bisschen eingeschränkt bin. Aber was ich sehr gut machen kann, ist Fahrradfahren und Schwimmen. Und von daher, Schwimmen ist die Gelegenheit seltener da, aber ich habe jetzt zu Hause die Möglichkeit, auf einem professionellen Rad, um das mal so zu sagen, um keine Schleichwerbung hier zu machen. Wir wissen alle, was du machst. Es läuft genug Fernsehwerbung. Genau, das ist mir von meiner Frau und meinen Kindern geschenkt worden. Bin ich da motiviert worden, da wirklich, wenn es geht, täglich eben mein Trainingsprogramm abzureißen. Und bisher, bis zum heutigen Tag geht es ganz gut, macht Spaß. Und ich hoffe, dass ich das eben auch wirklich so fortführen kann. Es macht Spaß. Es ist immer schön, wenn man sich sportlich oder betätigen kann und sich verausgaben kann. Ziele, auch da Ziele eben anstreben kann. Ich muss eben sehen, welche Art von Zielen man sich dann setzt. Und nee, von daher kann ich Chris beruhigen. Zur Tour de France wird es nicht mehr reichen. Da ist, glaube ich, das Gesamtgewicht, das zulässige Gesamtgewicht ist überschritten. Nein, aber ich versuche natürlich, ich habe so viele junge Leute um mich herum, dass ich einigermaßen mithalten kann. Ja, Klaus, das war ein super interessantes Gespräch. Ich würde zum Abschluss ganz gerne noch eine Frage dir stellen, so ein bisschen bilanzieren und ausblicken vielleicht. Wenn du nochmal auf deine Amtszeit bisher schaust, was ist nach Wunsch verlaufen? Und in den kommenden Jahren, die du jetzt einen neuen Vertrag unterschrieben hast, hast du einen Traum, wo die Fortuna am Ende des nächsten Vertrages stehen sollte? Ja, ich fange hinten an. Das Ziel ist es einfach, in die erste Liga zu gehen. Das ist jetzt auch ziemlich einfach. Am Ende kann man das ganz gut nachprüfen. Das ist recht einfach. Aber trotzdem will ich es ein bisschen abstufen. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Ich muss jetzt nicht den HSV anführen, der das jetzt fünf Jahre lang versucht und wahrscheinlich sogar die viel besseren Voraussetzungen hat und es nicht geschafft hat. Von daher kann man nicht sagen, das ist jetzt mal mit einem Schnipsen getan und da hat man eine Idee. Das verlangt sehr viel gute Arbeit, auch ein paar glückliche Umstände, die wir haben müssen, das anzustreben. Wo die Fortuna aber, und das habe ich ja auch schon gesagt, wo wir uns, das erwarte ich schon von uns, das muss auch unsere Messlatte sein, wir müssen insgesamt, wirtschaftlich, müssen wir besser dastehen. In zwei, in drei Jahren, wann auch immer. Oder wir müssen die Voraussetzungen schaffen. Wir müssen, das Umfeld müssen wir besser gestalten. Stichwort Stadion, das ist, glaube ich, Stichwort Infrastruktur. Das sind so Dinge. Stichwort auch Rolle innerhalb dieser Stadt. Da müssen wir uns weiterentwickeln. Also das ist schon etwas, was ich jetzt für die nächsten ein, zwei, drei Jahre auch als großes Ziel sehe, wo wir uns einfach jetzt auch weiterentwickeln müssen. So, und das müssen die Ziele sein. Zurückblickend, ja, sind, ich glaube, das war leider ein paar Monate, vielleicht sogar ein Jahr, ein bisschen auf der Stelle getreten sind, was mir auch insgesamt leidtut, auch für die handelnden Personen. Wir hatten von Anfang an eine schwierige Konstellation. In dem Zusammenhang muss ich, kann man das, glaube ich, auch hier sagen, weil diese Doppelfunktion, Uwe Klein auf der einen Seite verantwortlich für den Sport, ich für den Fußball und so weiter, das war sicherlich nicht ideal. Wir haben das aber intern, haben wir das klar angesprochen. Und deswegen ist es schade, dass es dann am Ende so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Nur, glaube ich, für die Sache. Und hoffe, dass man mir das abkauft, weil ich hier von Anfang an keine Politik gemacht habe, sondern versucht habe, einfach inhaltlich zu argumentieren. Glaube ich, ist die Konstellation, wie wir sie jetzt haben, die bessere. So, und ich hoffe, dass wir das eben auch nicht nur so sagen können, sondern dass wir das eben auch unter Beweis stellen können, eben indem wir die Dinge, die wir jetzt gerade angesprochen haben, dass wir uns da weiterentwickeln. Also idealerweise nicht mehr so lange warten, aber dass es schnell geht. Aber ja, dass der Weg einfach, dass der Weg sichtbar in Richtung Erste Liga geht. Und da steht Erste Liga, Erste Liga steht nicht immer nur für die Tatsache, dass man in der Ersten Liga spielt, sondern eigentlich auch wie ein Verein sich darstellt. Das ist also, man kann manchmal auch in der Zweiten Liga sein und kann trotzdem wie ein Erstligist sich verhalten. Wirtschaftlich nicht, aber all das, was wir machen, sollte immer auf Erste Liga ausgerichtet sein. Und das ist mein Antrieb und meine Motivation eben für die nächsten Jahre, das hinzubekommen. Und möglichst, das ist mir auch nochmal ein Anliegen, alle mitzunehmen. Ich glaube, wir dürfen niemanden ausschließen. Wir sind sowieso in einer schwierigen Konkurrenzsituation. Wir sind umringt von vielen, vielen guten Clubs, die das auch gut machen. Und die Fortuna-Affinen, die müssen wir alle mitnehmen. Und da gibt es unterschiedliche Sichtweisen. Und ich glaube, dass wir aber für alle Platz haben. Und dass auch jede Idee, die man hat, wie die Fortuna idealerweise aussehen sollte, dass sie ihren Platz haben kann, aber dass man eben auch diese Toleranz haben muss, eben dass andere Dinge eben auch mit einspielen und dass es sich einfach verändert. Wir haben, wir werden, eine große Aufgabe wird sein, eben die jüngere Generation wieder für die Fortuna verstärkt zu interessieren. Wir werden insgesamt, werden wir älter, wenn man sich unsere Mitglieder anschaut. So, das ist eine große Aufgabe. Und das, man sieht schon, es gibt ganz, ganz viele Aufgaben. Und von daher, es wird nicht langweilig sein. Und ich hoffe, dass wir ein Teil dieser Aufgabe haben, dass wir da eben auch sichtbar vorankommen und dass wir da möglichst viele mitnehmen und dass man eben auch so eine verstärkere Aufbruchstimmung und so ein Miteinander eben auch hinbekommt. Da haben wir an Klaus Allos mit viel Tatendrang heute kennengelernt hier. Ich wünsche mir, dass wir uns widersprechen am Anfang einer Erstliga-Saison. Das wäre doch beruflich. Meinetwegen auch vorher. Das können wir gerne machen. Vielen Dank auf jeden Fall für deine Zeit und dass du uns so schön mitgenommen hast. Danke dir.